Sir Christopher Frank Carandinilli CBE-CSTJ war ein britischer Schauspieler und Sänger, der für seine Darstellungen von Bösewichten Kultstatus erlangte. Zu seinen bekanntesten Rollen gehörten die Titelfigur in Dracula sowie sieben weiteren Vampir-Film, Francisco's Garamanga im James-Bond-Film Der Mann mit dem goldenen Colt, Saruman in Der Herr der Ringe und Der Hobbit sowie Count Dooku in Star Wars. Außerdem wirkte er in fünf Filmen von Tim Burton mit unter anderem auch in Dark Shadows. Zuletzt war er in dem Finale der Trilogie Der Hobbit zu sehen. Als seine wichtigste Arbeit bezeichnete Lee die Darstellung des Politikers Mohammed Ali Jina 1998 im Film Jina. Er gab den Film ebenfalls als seine beste schauspielerische Darbietung an. Seit 1946 hatte er in über 280 Filmen mitgewirkt und steht damit als Schauspieler mit den meisten Credits, also im Vor- oder Abspann erwähnten Filmrollen im Guinness Buch der Rekorde. Neben der Schauspielerei war Lee auch als Sänger aktiv. So wirkte er zwischen 1986 und 1998 bei Studioaufnahmen verschiedener Opern und Musicals mit und veröffentlichte 2010 die K-Sekunden-Semphonic-Metal-Album, Charlemagne, bei A The Sword in A The Cross, nachdem er bereits seit 2005 mit Bands wie Rhapsody of Fire und Man-of-War zusammengearbeitet hatte. Am 27. Mai 2013 erschien der Heavy-Metal-Nachfolger Charlemagne, The Humans of Death, Leben. Lees Vater Geoffrey Trollope Lee war Offizier in der britischen Armee und Teilnehmer des Ersten Weltkrieges und des Burenkrieges. Über seine Mutter Estelle Marie Carandini di Sazano entstammt Lee dem alten gräflichen Adelsgeschlecht Carandini, das sich angeblich bis zu Karl dem Großen zurückverfolgen lässt. Aus diesem Grund nannte Lee seine eigene Filmfirma in den 1970er Jahren auch Charlemagne. Nach der englischen und französischen Bezeichnung Karls des Großen, seine Urgroßmutter war die Opernsängerin Marie Carandini. Aus der 1929 geschiedenen Ehe seiner Eltern stammte auch Lees Schwester Xandra. Er war der Onkel der Schauspielerin Harriet Walter. Während des Zweiten Weltkriegs diente Lee bei der Royal Air Force und der nachrichtendienstlichen Spezialeinheit SOE. Sein Rang bei seinem Ausscheiden bei Kriegsende war Flight Lieutenant, vergleichbar einem Hauptmann. Seit 1947 drehte er Filme. Er engagierte sich für UNICEF. Christopher Lee beherrschte viele Sprachen. Einige davon hatte er autodidaktisch erlernt. In einem Interview erklärte er, dass er Deutsch nur könne, weil er ab und zu auf Deutsch geschauspielert und gesungen habe, vor allem aber sei seine persönliche Liebe zur Musik Richard Wagners für seine intensive Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache verantwortlich. Außerdem sprach er Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Swahili und drei Urdu-Dialekte. Lee war seit 1961 mit dem ehemaligen dänischen Model Birgit Krönke verheiratet. Die gemeinsame Tochter Christina wurde am 23. November 1963 geboren. Er lebte zuletzt in London und starb dort am 7. Juni 2015 im Alter von 93 Jahren im Chelsea and Westminster Hospital an Herz- und Lungenversagen. Lee als Filmschauspieler. Seine erste Rolle hatte Lee in im Banne der Vergangenheit. Weitere Filme zu Beginn seiner Karriere waren unter anderem Scots letzte Fahrt, Panzerschiff, Graf Spie und Moulin Rouge. Auch in einigen deutschen Edgar Wallace-Verfilmungen der 1960er Jahre war er zu sehen. Hier spielte er mehrmals Polizeibeamte, da man ihn wegen seiner Größe von 1,96 Metern als Heldenfigur installieren wollte. In Das Rätsel der Roten Orchidee spielt er sogar die Hauptrolle. Weltberühmt wurde Lee durch seine Darstellung des Grafen Dracula in dem gleichnamigen Horrorfilm von Terence Fischer 1958. Zudem spielte Lee in zahlreichen weiteren Horrorfilmen von Fischer und anderen Hausregisseuren der Hammer Film Productions. Darunter in Frankensteins Flucht der Hund von Beskawil und Die Rache der Pharaonen. Die Popularität der Filme, so Erik Nusum in einem Interview mit dem Tagesspiegel zur Veröffentlichung seines Vampirbuches All Dead Travel Fast, begründe sich in der Reminiszenz an den Kalten Krieg. In einer Zeit der Angst spiele Lee ein motivloses, beängstigendes Monster, das als Katalysator für Re zutiefst böse Supermächte fungiert. Die Rolle des Dracula spielte Lee bis 1973 siebenmal für die Hammer Productions sowie ein achtes Mal in Nachts, wenn Dracula erwacht. Einer spanisch-deutschen Fassung unter der Regie von Yes Franco. Lies Vampir Darstellung in der französischen Filmkomödie Die Herren Dracula hingegen hatte nach seinen eigenen Aussagen nichts mit dem Dracula Charakter zu tun. Er wird im Film selbst auch nur Le Baron, nicht aber Dracula genannt. Aus Sorge nur über die Rolle als Dracula definiert zu werden, weigerte sich Lee ab Mitte der 1970er Jahre, in weiteren Dracula-Adeptionen mitzuwirken und nahm generell Abstand vom Horror-Genre. In einem Interview 1989 sagte er dazu, ja, Dracula war die Rolle, die mich berühmt gemacht hat und dafür bin ich dankbar. Aber das ist 30 Jahre her und ich arbeite immer noch im Film und in allen denkbaren Arten von Film. Ich mag keine Schubladen. Im letzten Jahr habe ich fünf Filme gemacht. Wo ist nun das Image? Verschwunden. Es wäre verschwunden, wenn man die Fakten akzeptierte. Aber das ist ein Problem der Presse, nicht des Publikums. Aber das Publikum glaubt, was die Presse schreibt, auch wenn das nicht stimmt. C. Lee im Gespräch mit Gerd J. Pol am 10. Februar 1989 in Duisburg In den 1960er Jahren wirkte Lee mit eigener Stimme in den zwei deutschsprachigen Edgar Wallace-Verfilmungen Das Rätsel der Roten Orchidee und Das Geheimnis der Gelben Narzissen sowie dessen englischsprachiger Version The Devils Darfodil mit. Auch der britische Film Das Rätsel des Silbernen Dreieck wurde in Deutschland als Edgar Wallace-Film vermarktet. Außerdem sah man Lee zwischen 1965 und 1969 in den Sachs-Roma-Verfilmungen nicht Doktor, Fuhmann-CHU, die 13 Sklavinnen des Doktor, Fuhmann-CHU, die Rache des Doktor, Fuhmann-CHU, der Todesguss des Doktor, Fuhmann-CHU und die Folterkammer des Doktor, Fuhmann-CHU, in denen er stets die Titelrolle spielte. 1974 verkörperte er Francis Guscaramanga, den Mann mit dem goldenen Colt, im gleichnamigen Film als Gegenspieler von James Bond. Der James-Bond-Erfinder Ian Fleming hatte Lee anfangs auch für die Rollen von Doktor, nur oder sogar James Bond bei den Produzenten vorgeschlagen. 1976 wurde ihm die Rolle des Doktor, Sam Loomis in Halloween angeboten. Er lehnte diese ab und so bekam Donald Plissons die Rolle. Er bezeichnete diese Entscheidung als seinen größten Fehler. In vielen seiner Filme spielte Lee an der Seite seines sehr guten Freundes Peter Cushing in Dreien mit Vincent Price. 1982 spielte dieses Trio zusammen mit John Carradine in der Horrorkomödie Das Haus der langen Schatten. 1991 moderierte er auf Deutsch zusammen mit Sabrina Fox die Sendung Wahre Wunder auf Satt. 1995 spielte er die Rolle des Pharao Ramses II. Im Film Die Bibel Moses Teil der von der Kirchgruppe produzierten Gesamtverfilmung der Bibel über die er sich sehr positiv äußerte. Nach der Jahrtausendwende sah man ihn in den ersten beiden Teilen der Herr-der-Ringe-Trilogie als Zauberer-Sahar-Roman. Beim dritten Teil wurde bei den Schnittarbeiten entschieden, Lee-Szenen zu streichen. In der Extended-Edition, die nur auf DVD, VHS und Blu-ray-Disc erhältlich ist, sind diese zu sehen. Die Mitwirkung bei dieser Verfilmung betrachtete er nach eigenen Angaben als eine große Ehre. Sei er doch selbst ein großer Fan von Der Herr-der-Ringe. Lee war der einzige unter den Mitgliedern der Filmbesetzung der J.R.R. Tolkien persönlich gekannt hatte. Des Weiteren verkörperte er in Star Wars Episode II Angriff der Klonkrieger Bösewicht Kauntoku eine der Hauptfiguren. Auch in der Fortsetzung Die Rache der Seed spielte Lee die Figur. Nach mehreren Nebenrollen in verschiedenen Kino- und Fernsehfilmen feierte er 2010 mit dem Film Der Resident sein Comeback als Hammer-Darsteller. In der dreiteiligen Verfilmung des Tolkien-Romans Der Hobbit spielte er wieder die Rolle des Saruman. Eigentlich für die Hauptrolle vorgesehen spielte Lee 2011 verletzungsbedingt lediglich eine Gastrolle in Der Vika-Trie, einem Spin-off von Der Vika-Mann. Lee als Musiker Neben der Schauspielerei war Christopher Lee auch zeitweilig musikalisch aktiv. Er genoss eine Ausbildung als Opernsänger und sang vor seiner Zeit als Schauspieler in diversen Opernhäusern. 1973 trug er in Der Vika-Mann gemeinsam mit Dan Cilento die Ballade The Tinker of Rai vor. Bemerkenswert ist seine Mitarbeit als Erzähler und Sänger im Rock-Musical The King of Elflands-Dotter nach dem gleichnamigen Roman von Lord Dunsani, das 1977 als LP-Produktion erschien und mittlerweile auch auf CD erhältlich ist. Im Film Captain Invincible singt er die Titelnahme Your Poison und M.R. Midnight, die in Deutschland als Single herausgebracht wurden. Stimmliche Wandlungsfähigkeit zeigte Lee 1986 bei der Aufnahme von The Soldiers Thale von Igor Stravinsky und Charles Ferdinand Ramutz für Nimbus Records, wo er als Erzähler, Soldat und Teufel fungierte. Für Nimbus nahm er 1989 auch unter der Leitung von Yahudi Menuhin als Erzähler Sergei Sergejevic, Prokofjevs Peter und der Wolf auf. Mit der Sängerin Cathy Jo Deylor spielte er im gleichen Jahr die von Ralf Siegel komponierte und produzierte Single Little Witchine, die allerdings ein Flop wurde. Ebenfalls nicht übermäßig erfolgreich war seine CD Christopher Lesingstevils, Rooks und Avalains von 1996 mit Liedern von Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Wagner, Steffen Sondheim und vielen mehr. 1994 hat Lee mit der Opernsängerin Valerie Masterson und dem National Symphony Orchestra die erste komplette Fassung des Musicals Alec King and T. Aufgenommen ungefähr zur gleichen Zeit nahm er auch die Rolle des Kriminologen bei einer CD-Aufnahme der Rocky Horror Show wahr. Auch in jüngerer Zeit widmete sich Louis wieder der Musik. So wirkte er hauptsächlich als Erzähler auf mehreren Alben der Symphonic Power Metal Band Rhapsody of Fire mit. So A Dark Secret oder Symphony of Enchanted Lands 2 The Dark Secret. Auf der Single Alemachik of A Wizard Stream sind mehrsprachige Versionen des gleichnamigen Liedes zu hören, in der Lee auch als Sänger zu hören ist. Im Zuge dieser Zusammenarbeit war ein gemeinsamer Auftritt Lies und der Band beim Earthshaker Fest 2005 geplant. Dort sollte Lee auch einen Auftritt mit der Band Manowar absolvieren. Aufgrund eines Drehtermins musste er diese Auftritte jedoch kurzfristig absagen. Ursprünglich sollte er eine gesprochene Textpassage in Manowars Lied Defender übernehmen, die seinerzeit von Eussenwels aufgenommen wurde. Auf dem 2006 erschienenen Album Triumph for Agony von Rhapsody of Fire war Louis wieder als Sprecher zu hören. Auf der 2006 in Deutschland veröffentlichten Doppel-CD Edgar Allen Poe Visionen trägt Lee nicht nur Pöss' Gedichte Ein Traum in einen Traume Adream, We're in a Dream und Aller Aven vor, sondern singt auch die Komposition Eleonore. Mit dem Tolkien Ensemble arbeitete Lee ebenfalls zusammen. Dieses setzt die Gedichte J.R.R. Tolkien stimmlich und musikalisch in Szene. Die komplette Fassung ist unter dem Namen The Lord of Aller Rings – The Complete Songs und Poems erschienen, in der er den Entbaumbad singt und zudem die nicht vertonten Gedichte vorträgt. Am 15. März 2010 veröffentlichte Christopher Lee mit Charlemagne, bei Adesaut and Allacross seine erste eigene Arbeit im Bereich Metal. Am Konzeptalbum über das Leben Karl des Großen waren unter anderem zwei Bands, ein 100-Mann-Orchester sowie diverse Gastmusiker beteiligt. Bei den Metal Hammer Golden God Awards 2010 wurde es mit dem Spirit of Metal Award ausgezeichnet, welcher Lee von Tony Iommi überreicht wurde. In dem am 30. April 2010 veröffentlichten Album The Frozen Tears of Angels von Rhapsody of Fire ist Lee wieder als Erzähler vertreten. Ebenso auf der im Oktober erschienenen EPI A Lekult Embrace of Fear, für Battle Hymns im MXI, die am 3. Dezember 2010 veröffentlichte Neueinspielung des Manowar-Albums Battle Hymns von 1982, übernahm Christopher Lee die im Original von Eustenwels gesprochenen Textpassagen im Lit Dark Adventure. 2011 war er wieder am Rhapsody of Fire-Album From Chaos to Eternity beteiligt. An seinem 90. Geburtstag am 27. Mai 2012 kündigte Christopher Lee im Forbes-Magazine die Veröffentlichung seiner neuen Single Letting Mark Me aus Alle Kine an, welche eigenen Angaben zufolge ein 100% Heavy Metal ist. Das dazugehörige Album Charlemagne The Homens of Death sollte demselben Musikstil entsprechen und 2013 erscheinen. Damit ist Lee der älteste Heavy Metal-Sänger der Geschichte. Ein Musikvideo zum Lit Abla die Verdict of Verdien wurde zu Promotions Zwecken im Mai 2012 veröffentlicht. Im Dezember 2012 veröffentlichte Lee die EPI Heavy Metal Christmas mit Heavy Metal Covern der klassischen Weihnachtslieder Little Drama Boy und Silent Night, Charlemagne, The Homens of Death erschien an Lies 91. Geburtstag am 27. Mai 2013. Am 12. Dezember 2013 veröffentlichte Lee die EPI Heavy Metal Christmas 2 mit Metal-Versionen von Jingle Bells und dem Frank Sinatra Song My Way. Ersteres Lied platzierte sich in der Woche vom 26. Dezember 2013 auf Platz 22 der Billboard Hot 100 Sales Charts womit Lee im Alter von 91 Jahren und 6 Monaten zum ältesten lebenden Künstler wurde, der sich je in den Charts platzierte. In der Folgewoche erreichte das Lied sogar Platz 18, zu seinem 92. Geburtstag am 27. Mai 2014 veröffentlichte Lee eine weitere EPI unter dem Titel Metal Night Sonstiges. Verschiedentlich ist in biografischen Artikeln zu lesen, der ungarische Dracula-Darsteller Bela Lugosi habe Christopher Lee kurz vor seinem Tod im Jahre 1956 den Dracula-Ring vermacht, um ihn als seinen Nachfolger zu designieren. Dies ist offenbar eine Erfindung der Hammerkop, denn zu diesem Zeitpunkt war Lugosi längst in Vergessenheit geraten, während Lee überhaupt noch nicht als künftiger Horrorfilmstar der Filmgesellschaft in Erscheinung getreten war. Tatsächlich befand sich der Ring im Besitz des Sammlers Forest J. Eckermann in Los Angeles. Nach eigener Aussage hatte Lee den Ungarn noch nie zuvor im Film gesehen, als man ihm die Rolle des transsilvanischen Grafen anbot. Am 17. Juni 1939 war er Augenzeuge der Hinrichtung von Eugen Waldmann durch die Guillotine, der letzten öffentlichen Hinrichtung durch die Guillotine in Frankreich. Lee besuchte zu jenem Zeitpunkt einen Freund in Paris und beide fuhren nach Versailles, als sie von der öffentlichen Hinrichtung erfuhren. Als er sich für eine Rolle beim Kriegsfilm Der längste Tag bewarb wurde er abgelehnt mit der Begründung, dass der RAF und SOE-Veteran nicht soldatisch genug aussehe. Am 31. März 1993 veröffentlichte die britische Presse Nachrufe auf den angeblich verstorbenen Schauspieler mehr als 22 Jahre vor seinem Tod. Christopher Lee verband eine enge Freundschaft zu einigen seiner Horrorfilmkollegen, vor allem zu Peter Cushing, Vincent Price und Ferdimein. Mit Boris Karloff und Ray Harryhausen wohnte er in den 1960er Jahren in London Haus an Haus. Am 13. Juni 2009 wurde er von Königin Elisabeth II. in den Rang eines Night Bachelor erhoben und durfte sich nunmehr Sir Christopher Lee nennen. Den Ritterschlag erhielt er bei einer Investitur am 30. Oktober 2009 im Buckingham Palace durch den Fürsten von Walis. Christopher Lee spielte in Episode 5 der Fernsehserie Mondbasis Alpha 1 den friedlichen außerirdischen Captain Sandor. Obwohl diese Figur nur in einer einzigen Episode auftauchte, wurde sie sehr populär. Von dieser Episode gibt es sogar eine Comic-Adaption und zwei verschiedene Actionfiguren von verschiedenen Herstellern. Eine Figur erschien 1975 bei Palitoy-Breadgate-Division und eine weitere Actionfigur im Februar 2005 bei Figastoy Company. Des Weiteren gibt es bei verschiedenen Online-Videoportalen einen Crossover-Fanfilm mit Titel Battlestar 1999, der die Handlung der beliebten Episode fortsetzt. Lees populärer Auftritt wird außerdem in dem Fanfilm UFO 2099 Ademovie parodiert, wo sich Zettmann Captain Sandor als Christopher Lee vorstellt. Synchronisation Zahlreiche deutsche Synchronsprecher liehen dem Schauspieler ihre Stimmen. Besonders oft taten das Herbert Weicker und später Otto Mellis. Weitere Sprecher von ihm sind Arnold Marquis, Gerd Günther Hoffmann, Harry Wüstenhagen und Heinz Petruo. Er selbst sprach unter anderem im Original auch die Figur des D.I.Z. in der Videospiel-Serie Kingdom Hearts und des Lupen der MMORPG in War Quest 2, sowie die Figuren des Königs Haggard, dem er sowohl die englische als auch die deutsche Stimme verlieh. Im Zeichentrickfilm das letzte Einhorn und der Götter Thor und Odin in der deutschen Fassung der dänischen Comic-Verfilmung Valhalla. Außerdem sprach er Tod in den Terry Pratchett-Verfilmungen Soul Music und Word Sisters Filmografie Seit 1990 Diskografie Alben 1998 Christopher Lessing's Devils, Rooks und A.A.V.E.L.E.L.E.L.E.L.E.N.S. 2006 Revelation 2010 Charlemagne, Badeshoid and Alacros 2013 Charlemagne, The Omens of Death Ebs 2012 A Heavy Metal Christmas 2013 A Heavy Metal Christmas 2 2014 Metal Night Singles 1984 Captain Invincible Name Your Poison M.R. Evil Midnight 2012 Let Legend Mark Me As I King 2014 Darkest Carols Fightful Sing Als Gastmusiker Sprecher 1973 Vickermann Soundtrack 1974 Hammer Presence Dracula With Christopher Lee 1986 The Soul Just Hale 1989 Peter N.A.V.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E. Rhapsody of Fire Feet, Christopher Lee, The Magic of the Wizard's Dream 2006 Rhapsody of Fire, Triumph for Agony 2010 Rhapsody of Fire, The Frozen Tears of Angels 2010 Rhapsody of Fire, The Cold Embrace of Fear, A Dark Romantic Symphony 2010 Manowar, Battle Hymns im MXI 2011 Rhapsody of Fire, From Chaos to Eternity Auszeichnungen 1997 Commander of Aller Venerable Order of Sir John 2001 Die Wahl Award 2001 Commander of Aller Most Excellent Order of Aller British Appear 2009 Night Bachelor 2010 Steiger Award Lebenswerk 2011 Ehrenpreis der British Academy of Film and Television Arts